Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um die Juvia's Place Valhalla 2 Palette. Die habe ich über Weihnachten aus Bielefeld geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank. Ein tolles Weihnachtsgeschenk, Valhalla 2. Ich bin begeistert. Wir testen die heute mal aus und ja, dazu gucken wir uns das gute Stück mal an. Natürlich vorher. So, wir haben hier Schutz natürlich. 15, 15, 20, 25, 30 Farben. 30 Farben. Sie ist etwas kleiner als, die Pfändchen sind etwas kleiner. Glaube ich, als die Valhalla 1, die ich mal getestet habe. Ich versuche sie gerade mal zu suchen. So, da haben wir sie. Die ist gleich groß. Ja, ein bisschen größer. Ich dachte, die Pfändchen... Ja, die ist durchgerockt. Wenn ihr mal schaut. Ein bisschen weinig jetzt. Gut. Ja, ein bisschen kleiner sind die Pfändchen. Hier sind auch vier, fünf Shades weniger drin. Gut. Macht ja nichts. Die hatten wir ja schon mal, meine erste Review übrigens, die hatten wir ja schon mal benutzt. Oft sogar. Und ich bin ganz begeistert. Jetzt gucken wir mal, was das gute Stück so kann. Hier oben ist ja ein Multichrom. Dieser hier. Upsala. Dieser hier. Moment. Das hier. Das ist ein Multichrom. Dann haben wir hier so wieder so Schimmer, Glitzer, Glitter, Glitter, Glitterzeugs und Schimmer. Ein paar Schimmersachen. Und natürlich matte Farben. Das ist genau mein Farbschema. Ich finde es halt super, super schön. Moment ganz gespannt. Die schreit natürlich, diese Palette, um weitere Töne. Wir können natürlich jetzt nicht die ganzen Töne benutzen. Da gibt es auch noch eine Make-up-Therapie mit. Da schminke ich mich dann nochmal mit. Aber wir testen auf jeden Fall den Multichrom aus. Und ich sehe mal drei, vier Farben. Wir gucken mal, was da passiert. Als erstes gehen wir natürlich, bevor wir hier diese Palette ausprobieren, gehen wir natürlich mit dem Eye Primer rein. Ne? Von Natasha Denona. Unseren Gewinner hier. Jahresfavoriten. Ebenso wie mit dem Brush, den ich total klasse finde dafür. Diese Form hat, ich glaube, Pat McGrath hat auch so was in ihrem Repertoire. Finde ich sehr, sehr gut. Mal eben hier ganz kurz gucken, wo wir hier sind, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut verbracht. Ich glaube, das ist die letzte Eye Shadow Palette. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Silvester, ob ich das Silvester jetzt schaffe, hochzuladen. Das ist die letzte Eye Shadow Palette, die ich vor allem Jahresfavoriten 2020 drehe. Also das fällt hier noch in 2020 rein. Und ich denke mal, ich hätte mir dieses Video für Silvester vorbehalten, damit wir da mal irgendwie so einen süßen, süß gestalteten Abschluss irgendwie hinbekommen. Jahresabschluss. Das passt denn ja auch. Kann ich denn im Januar die Jahresfavoriten auswählen, welche Palette mir jetzt am besten gefallen hat. Obwohl die hier nun sehr, sehr frisch ist. Sehr jungfräulich. Quasi unbenutzt. Ich habe noch mal ganz kurz in den Multicrom natürlich reingeditscht. Das muss der sein. Hier in denen, wie heißt du eigentlich? Fake heißt er nämlich. In Fake, natürlich in Fake. Finde ich ganz, ganz apart eigentlich. Also ja, ich sag jetzt nichts. Wir gucken mal. So, wir fangen mal an hier mit dem... Ich würde gerne hier im ersten Trickle etwas gestalten, da dieser Multicrom drei, vier verschiedene Farben in sich wirkt. Ja. Ich komme mal weiter ran, glaube ich. Hallo. 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 Wo sind sie denn? Würde ich jetzt gerne... Es ist ja mal so schwer. Es sind so viele schöne Farben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ups. So rum. Dann seht ihr auch was. Ich weiß nicht, mit welcher Farbe ich anfangen soll. Ich finde alle toll. Multicrom, Multicrom, damit das richtig cool wirkt. Also das Petrol wird auf jeden Fall hier genommen. Da diskutieren wir auch gar nicht. Ähm. Ich finde Multicrom. Das ist das. Da ist Lila. Rot. Ein bisschen Grün. Ich weiß jetzt gar nicht. Der schimmert so. Ich weiß auch nicht, ob ihr das in der Kamera dann sehen könnt. Ich würde mal vorschlagen, dass ich mit diesem Wicket... Ich belehre die Farben trotzdem noch mal ein. Mit diesem Wicket, diesem... Ja, was ist das? So ein Blau? Marineblau vielleicht? Kann ich nicht sagen. Ähm. Hier jetzt mal... Anfange zu arbeiten. Das hier einfach... Setze. Ich versuche, ähm... Farbreien dann miteinander zu verbinden. Wie gesagt, man kann jetzt nicht so viel in einem Auge testen. Aber ich versuch's. Ups. Ja gut. Den kann ich ein bisschen höher setzen. Das macht nichts. Ich kann mir das auch nicht angewöhnen, ohne... Ohne diesen, äh... Ohne einen Spiegel zu arbeiten. Das ist immer sehr furchtbar. Ich brauche einen Spiegel, Mensch. Das muss ich mir angewöhnen. Wenn ich mit euch schminke. So. So einen kleinen Wupsi schon. Das sieht doch mal... Süß gestaltet aus hier. Krass. Okay, okay, okay. Also die Farben sind schon mal sehr beeindruckend, würde ich sagen. Set, äh... Allerdings, äh... Schönes Bild... Ups. Ich meinte so eine Fresse. Ähm... Schönes Bild drin, da drauf meine ich. Aber kein Spiegel. Das sei jetzt doof. Jetzt muss ich hier ein bisschen tricksen. Muss ich trick machen. So. Ähm... Jetzt haben wir blau drauf. Das ist, äh... Aber noch nicht ganz eingearbeitet sehe ich gerade. Ich denke mal, ihr könnt euch so ungefähr vorstellen, was ich hier vorhabe. Weil ich kann's mir noch nicht vorstellen. Ich mach jetzt hier irgendwie... So. Und so nochmal. Und dann Multichrom. Und dann unten auch noch zwei, drei Farben. Ich versuche es. So, damit das hier irgendwie ein bisschen... Ansehnlich ist. Gut. Ähm... Jetzt haben wir hier, ähm... Warte. Spiegel weglegen. Wir haben hier... Äh... Wie heißt das? Fame... Am... 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 Ambitus. Ech... Ich weiß es nicht. Was nehme ich denn jetzt mal? Da... Ach, wir können doch mal eben so einen ganz kleinen, mit dem Burka hier, einen ganz kleinen Grün reinmachen. Ich glaube, da hat keiner was gegen. Wenn ich das so ein bisschen versuche aufzuteilen, dann können wir noch eine Farbe mehr benutzen. Gehe ich mit diesem Grün. Ich gehe jetzt also mit diesen matten Farben so ein bisschen. Sehr, sehr gut. Spiegel, Alex. Also mit Last, nicht Lost, Last gehe ich hier ein bisschen so ran. Versuche das hier nochmal ranzusetzen. Hätte ich vielleicht andersrum machen müssen, aber mal gucken, was passiert. Setze Experiment hier. So, das ist ja süß. Dann gehe ich hier mit so einem, keine Ahnung, Brush ins Inner Corner. Da setze ich dann jetzt mal die Ambitious. Ach, wie heißt das? Ambitious. Ich blätte euch das ein, wie der Ding genau ist hier. Diesen Grauton. Den setze ich jetzt mal im inneren Augenwinkel. Pass auf, wir sind noch nicht fertig. Oh ja. Mhm. Fokussieren, Moment, fokussieren. Nee, so rum. Macht er nicht. So. Also ich sehe, dass er schön grau aufnimmt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Naja, gut, wahrscheinlich nicht. Nee, nicht so, aber macht nichts. Das setze ich mir jetzt hier hin. Mhm. Ja, da habe ich sogar schon so ein bisschen mit gehighlighted. Wow. Cool. Okay, okay, okay. Dann gehe ich hier mit dem... Jumbo Blender, glaube ich, in das Multichrome rein. Moment, ich zeige euch das mal hin. In Fake. So, Moment. Ich komme hier mit dem Fake rein. Interessant. Boah, ist das cool. Wow, sieht man nichts, wenn der Pinsel jetzt nicht weiß ist. Ich, äh, platziere mir das jetzt mal. Moment. Wow. Wow, wow, wow. 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 Nice, 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 nice. Ich habe jetzt so, äh, Multichroms, äh, noch nicht die Erfahrung. Sieht aber schon mal sehr nett aus. Ich würde dann, äh, einfach mit dem Jumbo Blender, das hier verbinden, so. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Ja. Ja. Wir testen jetzt hier. Gehen wir hier auch mal rein. Mit, ähm, Spiegel ist immer für einen Vorteil. Also, ich weiß, wie ich sagte, ich kann es nicht, äh, äh, beschreiben. Ähm, wir haben hier lila, rot, was ich sehe in meinem Licht hier. Wir haben, äh, grün. Das ist ein, äh, wunderschöner Multichrom. Versuche ich mal hier eine Ecke hinzukriegen. Die, der am Rand auch ein bisschen, ich glaube, das sieht man, ein bisschen dunkler wird. Und, äh, aus Versehen. Was mir aber ganz recht kommt. Verbinde ich das hier wieder? Hammer. Hammer. Cool. Ich gehe, äh, jetzt noch mal mit dem, ähm, zum, dem hier, ähm, in, äh, upsala, muss ich vielleicht zeigen. Bin ganz fertig hier in Fame. Fame oder Frame? Fame. Wahrscheinlich Fame. Ähm, hier in diesen weißen Ton und, ähm, geh mal, ähm, ähm, äh, unter das, ähm, unter die Augenbrauch. Versuche die ein bisschen hervorzuheben. Äh, ein bisschen wenig Platz, gerade. Aber geht, geht. Wunderschön. Yes. Okay. Den packe ich mir noch mal kurz hier rein, weil der knallt. Das finde ich gut. Okay. Mit einem Soft Shader gehen wir jetzt mal in andere Farben. Ich bin völlig platt hier. Ich versuche das gleich noch mal so ein bisschen schick zu verblenden. Aber erst platzieren wir die Farben. Natürlich dieses Petrol. Ist klar, hatten wir ja schon gesagt. Wie heißt du? Jelos oder so ähnlich. Den Uppsala, den setze ich mir hier hin. Wow. Und einmal da hin. Upps. Jetzt bin ich im verkehrten gekommen. Aber geht wohl. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Platz. Ähm. Da gehe ich. Oh. Hilfe. Da gehe ich dann. Ähm. Achso. Ne. Mit dem Schneider muss ich da reingehen. Der Uppsala. Das machen wir im Schneidepinsel. Den Brush sauber. Ihr Lieben. Da gehe ich dann noch mal mit. Testen jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt. Aber machen wir hier die linke Farbe. Oder? Ja komm. Ne. Moment. So eine Glitzerfarbe. Schimmerfarbe haben wir noch gar nicht. Komm. Gehen wir hier rein. Das ist Moni. Wie Geld. Moni. Okay. Wo bist du Moni? Das ist irgendwie so ein Schimmerblaugrün. Ich habe keine Ahnung. Das kann ich nicht sehen. Was der so schimmert. Äh. So eine so eine lila blau. Ähm. Ja. Eher grün. Sehe ich jetzt hier. Wunderschön. Den ziehe ich mir hier so ein bisschen raus. Wow. Wow. Okay. Okay. Cool. Ihr Lieben. Juvia's Place. Wahala 2. Ähm. Kommt auf jeden Fall in die Jahresfavoriten. Ich finde es ja fantastisch. Hammer. Ich freue mich. Alle Farben dort mal einmal zu benutzen. Mindestens. Das wird ein Fest für mich. Ich bin ganz begeistert. Ähm. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ähm. Ihr Lieben. Vergesst bitte nicht die Glocke zu drücken. Den Kanal zu abonnieren. Das Video zu liken. Das Video zu kommentieren. Und dann sehen wir uns ganz 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 bald wieder. Ich würde mich äh freuen. Und äh Instagram natürlich nicht vergessen. Da mal zu folgen. Zu gucken, was da so abgeht. Äh. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Äh. Eine schöne Zeit. Und bis ganz 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 bald. Bye.